ARD Text im Auftrag von Funk 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 Läuft! Ich find das voll geil, mit Gunsocken krieg ich Muni zurück Im letzten Teil hab ich um dich gelohnt Ich werde viel Zeit damit verbringen euch Banditenabschau um zu Tode zu Ich fahr mal noch Snack Rubby ne? Nein noch nicht, ich muss noch Muni holen Denn... Ich sollte nicht zu viel verraten Wir haben alle gekillt, okay Ja dann fahr los Ciao 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 Tschüssi Ja ne? Ja und so weiter halt Wie viel zieht deine beste Sniper? Viel Keine Ahnung, kann grad nicht nachschauen, ich bin im Auto Ja Du weißt doch, man soll während dem Auto fahren nicht aufpassen schauen Ich hab den Führer schon abgenommen Echt? Ohhhh Ja Also ich hab jetzt ne Sniper die zieht Ach die ist einfach besser Bin in Sanctuary Äh Äh Näh Ja dann mach mal Roland, bist du das? Ach der Kammerjäger Komm rein, stell Rolands Echo Kommunikator ist hin, wir brauchen deine Hilfe Okay Nutten Bux und Nutten Wir sind Sanctuary Geh aus dem Menü raus du Mongo Ich hab auf die Karte geguckt Na egal, geh aus dem Menü raus Tick 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 Ich wusste ich mitten in der Aufnahme Ab und zu mal so drei Sekunden Einfach so ein Screen Hm Bist du euch hier nimmst du den ganzen Scheiß auf Nico oder nicht? Ne mach du mal Nehm wir die grad nicht auf Achso doch, ich nehm auf, natürlich Ja, mein ich ja ob du hier die Sache auf, die Story aufnimmst oder nicht Jaja klar Ich nehm die, ich nehm seit vorhin noch schon auf Aber ich dach grad Objekte Beschuss! Aufpassen Leute! Hm Ein Hyperion Moonshot Blitz Ohne diesen frischen Kern von dir hätten die Mörser den Schild knapp durchschlagen! Schotty oder MG? Schotty oder MG? 524 x 10 Die Schotty ist scheiße MG Oh fuck Roland sollte uns Infos bringen wie man Jack aufhält Da er verschwunden ist, brauchen wir deine Hilfe! Sprich mit Tresseff! Steh gefällig ist gerade! Mein Kammerjäger ist unterwegs zu dir! Sehr erfreut Commander Roland ist um seine Aufklärungsmission nicht zurückgegeben Er hat für diesen Fall eine Anwalt ihn unterlassen und Ja, den schluckt mich voll zu Scheiße äh, ich meine Mist Roland braucht deine Hilfe Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack Finde bitte heraus, wo Roland ist! Okay Äh, wir müssen mit dem Mongo da hinten reden Gute Was macht er eigentlich den Zack außer Wichsen und Schrauben? Wer? Der Mechaniker? Gute Kommst dran, mach du die Tür auf, ich geb ne geile Videosequenz wieder Ach, da hinten Ach, da hinten Ach, ich war bei den Fragezeichen Äh, Ausfuhrzeichen Satzzeichen Ach, da hinten Ach, da hinten Ach, da hinten Hm, da hat mir keine Muni hier Schade Lego, mach mal die Tür hier unten auf Ach, ach, ach Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen... Leben kriegst du mich nicht, du Roboter-Kack-Bast! Moment! Da hängt mich einer mit dem Kopf nach unten an einem Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod und hungrigen Spider-Ants! Na, du bist kein Hyperion-Roboter! Du bist ein Kammerjäger! Das ist sowas wie ein Einhorn! Wir sind Einhörner! Das leckt! Julian! Check mal, was bei deiner Leitung losgeht! Das leckt MEGA! Sag kurz mal, du leckst grad extrem. Hm, woran das wohl liegt. Gleich kommt's, gleich kommt's. Ich guck mal kurz was nach. Jo! Also, es leckt jetzt nicht mehr gerade. Okay, fett. Wir haben mal die Treibstoffzellen auf, wir müssen wieder die Schilde der Stadt hochfahren, oder die Triebwerke der Stadt hochfahren. Mhm. Ja, die fliegt ja dann richtig geil ab. Beim ersten Versuche ja nicht. Okay. Okay. Normal, ne? Machen wir doch auch immer. Wir sind Trollen, sagte, wir brauchen... Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Und auf geht's. rein mit der Kacke. Wir sind solche Profis. Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff, klar? Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab! Oder auch nicht. Mist. Jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Hm. Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen-getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Okay, ich geh mal alle Quests annehmen, ne? Kriege ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch! Ja, ne? Es leckt wieder. Hey, Kamerjäger. Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Malivan Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Wir sehen uns also auf dem Schießstart. Willst du kurz mal die Sniper zeigen? Du bist mal mit der Feuerwaffe, ne? Alles kurz? Oh ja. Ich hoste jetzt aber. Ja. Wir haben eine kurze Besprechung gemacht. Und zwar, da wir im vorherigen Let's Stay von Borderlands Normal-Modus schon alle Nebenquests ausprobieren. Ja, da geht's nicht. Ah, müssen wir mit dem hier reden. glaub ich, das auch. Du, äh- Kamerjäger, was gibt's? Ich bin im Hemd. Jawoll! Alles gehört, Nico? Kamerjäger, was geht? Warte, warte. Du hast echt Hirn auf deinem Hemd. Kannst du die abhören? Hey Soldat, wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt... Scheiße dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Geht immer noch nicht vom Text. Äh... Was findest du nicht? Den Safe öffnen. Oh, bin ich blöd dafür. Doch, bei mir geht das. Hier unten, mein ich. Den Großen. Ja... Äh... Keine Ahnung. Ne, ich geh kurz mal mich neu skillen. Schon wieder? Ja, ich hab ja auch Punkte verkackt wegen... Wegen Dings Teil da. Wegen was Teil? Ich hab ja einen anderen Mod drauf gemacht. Und dadurch sind vier Punkte verloren gegangen. Die sind nicht verloren gegangen, die hingen am Mod, du Bauer. Ja, und ich muss mich neu skillen, damit ich die jetzt wieder machen muss. Damit ich die neu einsetzen kann. Äh, neu einsetzen kann. Hier spricht der Firehawk. Komm zum Frostburn Canyon oder Leute werden sterben. Der Firehawk! Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße! Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten! You don't say. Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Dann, äh, legen wir mal los, ne? Wir müssen ja verkaufen und dann... Jo, warte noch kurz. Ich check noch kurz die Fähigkeiten durch, die ich noch einsetze. Ich hab nämlich schon zwölf Punkte frei. Das bringt's er für mich. Oh! Killskill! Durch das... Das Töten eines Feindes reduziert jeden Schaden, den... Äh, das ist nicht ziemlich gut. Hm. Nack of all right. Wenn du das machst, kann ich auch kurz reinschauen, was ich mir noch rumstehen hab. Jajaja. So, den hab ich durchgeskillt. Alter! Wenn deine Schilde aufgebraucht sind, erhöht sich deine Feuerrate mit allen Waffen. Nächstes Level plus 28%. Los. Loll. Das hat direkt, äh, vier Punkte reingehauen. Okay. 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 Ja. Ähm, eventuell geh ich hin und skill noch den Harmonie-Skill-Bomb fertig. Das ist der Kammerjäger, von dem alle reden. Das sind nochmal 15 Punkte. Mhm. Mhm. Ja. Dann hätte ich ihn aber komplett ausgeskillt. Hätte halt alles freigeschalten. Ähm. Du hast zum Beispiel noch das Töt deines Feinds, den du momentan im Facelock eingeschlossen hast, erzeugt Lebens-Orbs. Gut brauche ich eigentlich nicht. Weil, ähm. Wann killen wir mal einen, den wir in Facelock drin haben? Den benutze ich eh noch, um dich wiederzuleben. Ja. Eigentlich schon. Aber ich muss die Skillpunkt nochmal neu verteilen. Ja. Ansonsten könnte ich einen machen. Während du einen Feind im Facelock eingeschlossen hast, erhältst du ein verbessertes Feuerrat und erhöhten Schaden aller Schusswaffen. Ja. Beim Erleiden von Gesundheitsschaden besteht die Chance, dass der Angreifer Schaden nimmt, der der Menge der Gesundheit entspricht, die du verloren hast. Das werde ich mal machen. Hm. Hm. Ich will gerade den letzten Teil freischalten. Ich weiß nicht, wie man, was ich da alles leveln müsste. Durch das Töten eines Feindes beim Gansack verlängerst die Zeit, die du Gansacken kannst. So viele kill ich dabei gar nicht. Reduzierter Rückstoß. Äh, erhöht die Abklingzeitrate. Weißt du was? Ich geh jetzt mal ein bisschen auf Damage. Ich peil das gar nicht. Machen wir mal irgendwas rein. So, mal kurz zurückgesetzt die Skill-Punkte und jetzt geh ich mal schnell auf Damage. Ja, ballern wir mal voll. Granaten hätte ich glaube ich nicht unbedingt reinmachen müssen. Ah, ich muss da einmal 1, 2, 3, 4, 5 und... Ah, 25 Punkte muss ich reinputten. Pushen, damit ich das letzte freigeschaltet habe. Ja. Achso.